Was geht YouTube? Herzlich willkommen zurück hier auf Scorpion Plays zur dritten Folge mit Gaps. Ja moin und auch auf Gaps Gaming. Willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen und ja, sind wir eigentlich noch zu schlagen ist die Frage nachher, zwei Siege hintereinander. Ich glaub's gar nicht, aber weil wir jetzt schon so reden. Jetzt werden wir wahrscheinlich hart kassieren. Okay, lass mal auf diesen 65 Fischer gehen. 65 Fischer? Ja, das ist schon ein ziemlicher Random Name. Wo sind die? Unter uns, oder? Siehten die schon mit ihren Fähigkeiten rum, die Randoms? Wo sind die? Ja, Mann, das sieht richtig gut. Ah, die sind in der Dingens, die sind dort einfach drin stehen geblieben. Lol, was sind das für No Hands? Aber die gehen beide auf mich, gehören beide auf mich. Ja, ja, warte, chill. Ich bin auf 65 Fischer schon am Stall. Ja, ja, ich auch. Was macht der denn? Ja, die sind zum Dingens. Ja, das Healing Totem, warte. Ich hab's kaputt, ich hab's. Lol, lol, lol. Mach das kaputt, mach das kaputt. Warte, ich stelle unseres, ich stelle unseres. Lol, 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 lol. Ja, also dieser Modus ist echt geil, Alter. Das ist auch was für hyperaktive Menschen wie mich. Ja, warte, ich bin verstauen, kannst du dein Healing Totem stellen, bitte? Ja, hab's, 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 hab's. Warte, dann mache ich hier so eine Dingens um uns herum. Ich stehe nicht neben dem Healing Totem, super. Ja, das ist belastend. Ich glaube ich auch nicht. Ich werde nicht geheilt, toll. Toll, ich bin verstauen, aber in der Mitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt muss ich Glück haben. Renn, renn! Glück, Glück! Passt. Ich hab die aufgehalten, ich bin hinter denen, die gehen jetzt voll auf dich. Ja, ich weiß, was ich... Fischer, der merkt das gar nicht, der Idiot. Ja, ja. Warte, ich heil mich gleich alleine. Ich hab Fischer gleich down, ich hab Fischer gleich down. Ja, ich bin auch fast down, hab noch 10, bin down. Scheiße, okay. Fuck. Ja komm, wo ist Fischer, dieser... Ah, da ist er mit seinem Holz, top. Ja, okay, die sind aber auch... Die haben Healing Totem da drin stehen. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah, scheiße, 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 wir hängen jetzt eine Runde dran. Ja, das wird diese Runde wohl etwas schwieriger, diesen Sieg hier noch zu holen, weil die hat irgendwie so viele... Oh mein Gott, aber ich kämpfe noch bis zum Schluss. Ja, aber ich hab irgendwas verkackt mit diesen, ähm, mit dieser Barrikade. Naja, was willst du tun? Ach so, wir dürfen das Healing Totem erst stellen, wenn wir in der Barrikade drin stehen. Ja, lass mal diese Barrikade, ich weiß nicht, ob die so das Beste ist. Doch, weil dann kann man sich so paar Sekunden heilen. Oder meinst du, wollen wir es weglassen? Weiß es nicht. Ach, machen wir es weg, wir haben wegen der verloren. So, warte, Bull Charge. Never change a winning system. Ja. Ist ja das. Ja, ihr seht schon, wir sind auch nicht unbesiegbar, ja. Unglaublich, wir verlieren tatsächlich hier eine Runde. Ja, aber das war ja Absicht, müsst ihr wissen. Ja, das war Absicht, damit wir natürlich noch eine Runde machen können. Ja, wir wollen ja, dass das Rating nicht zu hoch ist, damit wir immer schlechte Gegner bekommen. Sozusagen Loop Lobby Glitch in Minecraft. Loop Lobby Glitch, genau. So. Was ist das hier? Das sieht aus wie Wasser, Mann. Egal. Gut, hoffentlich. Oh Gott. Scheiße, Mann. Das ist richtig Adrenalin. Du musst mir nur sagen, wenn ich Ding entsetzen muss, ne? Healing Totem. Ja, ja. Ich hab das nicht so im Blick. Rechts siehst du so die Lebensanzeige. Ja, klar. mit der Hand auf meinem Bildschirm gezeigt. Wie ein richtiger Spastik. Oh mein Gott, Alter. Die kommen, die kommen. Die gehen unten, die gehen unten. Ja, dann lass einfach mit den Feuerbällen runterschießen. Ich spring einfach runter. Den einen Typ mit der Ecke. Ja, ja, genau. Auf den gehen wir. Auf Tom. Oder Thun. Thun Beste. Oh, Lum. Oh, Lum. So, warte. Was? Wie kann das nicht geh-hit? Ah, jetzt hätte er zu sehen. Warte, Teeling Totem. Ja, es ist ins und weg gewesen. Krass. Warte, ich hol mir das Healing in der Mitte. Das gleich kommt. Das will Thun auch haben, aber bekommst du nicht. Aber Thun hat jetzt richtig einen Fehler gemacht, weil Thun richtig Damage frisst jetzt. Ja, aber der wollte eben deshalb dieses Healing haben. Das gleich Spawn. Komm. Warte. Ich stell's mein Healing Totem. Ich sag's mein Healing Totem. Thun hat's nicht. Wo ist Thun? Der Bastard. Kann man jetzt auch noch setzen. Denk dran, ne? Ja, setzt dann. Setzt dann. Setzt dann. Setzt dann. Schnell. Bin fast down, Alter. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir sind so gut. Ich hab meine Super-Dingens gemacht. Thun. Thun fast down. Schnell aufs Healing Totem. Schnell aufs Healing Totem. Ich bin tot. Was? Ich geh auf Thun. Mach ihn kaputt. Aber er haut ab, der Wichser. Oben ist Double Damage. Lauf hoch. Ach, der will sich das hoch. So eine Mist geworden. Ach, fuck. Ja! Jetzt hol deine Double Damage. Hol deine Double Damage. Ja! Jetzt. Jetzt. Mach jetzt. Auf ihn drauf. 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 Healing Totem. Aktiviert deine Special-Fähigkeit. Aktiviert deine Special-Fähigkeit. Special-Fähigkeit. Und nimm den Healing Totem wieder. Jetzt. Hau drauf. Hau drauf. Fuck. Alter. Wenn du den. Das ist unmöglich. Außer Slack. Er macht. WTF. Alter. In der Mitte ist Healing. In der Mitte ist Healing. Lauf unten. In der Mitte unten. Bitte. Lauf, 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 lauf. Ja. Alter. Hau aufs den Healing Totem. Nein. Nein. Ich könnte in 12 Sekunden auch wieder setzen, ne? Ja. Dann. 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 Hau drauf, hau drauf, Marcel! Er ist runtergefallen. Hat er da... In der Mitte des Hieden. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Alter, so ein... JA! Oh mein Gott! Jawoll, man. So muss das sein, Alter. Oh mein Gott, der Skorpion sticht zu, meine Freunde. Oh, guck mal, ich hab jetzt von unseren 3 Wins 5 Kills gemacht, ja. Alter! Oh mein Gott. Ja, wenn's dann draufhauen geht und umbringen und so weiter, dann ist das Feld einfach da. Und ich hab gegen 2 gewonnen, ne? Ja, Alter. Ich hab grad mehr geschwitzt, als ob ich nicht gelebt hätte. Ah, ist das schön, Mann. Dann lass gleich noch... Wir machen hier eine Aufnahmesession, glaube ich, schon die dritte Runde, die wir aufnehmen. Und ja, jetzt kommt übermorgen, glaube ich, theoretisch das Let's Play. Oder vielleicht ist es... Boah, gut berechnet hier. Mhm. Der Hase läuft. Und wir sagen, tschau, bis zum nächsten Mal. Tschüss und wir werden noch nicht vergessen. Wir sehen uns morgen oder übermorgen. Je nachdem, ob ihr Bock habt oder nicht. Haut rein und tschau. Tschüss. Tschüss.